Kandidat Christoph Stegmanns aus dem Team Christina Schröder, Bundesministerium für Frauen und Familie. Wir gehen auf keinerlei Details ein, sondern auf den Grundgedanken, der dahinter steckt. Ich kann deshalb zu diesem speziellen Detail Ihnen keinerlei Auskunft geben. Ich nehme zu den Details, die dort berichtet werden, keinerlei Stellung. Ich dementiere sie aber auch nicht ausdrücklich. Also in den Details finde ich den super. Aber pass auf, jetzt kommt die Erklärung. Das ist, liebe Redakteurinnen, liebe Redakteure, eine im politischen und medialen Geschäft gebräuchliche Floskel, die letzten Endes dem Journalisten die Freiheit lässt, in diese Aussage hineinzulesen, was er hineinlesen möchte. Das ist Ihre Schlussfolgerung, die ich mir nicht zu eigen mache. Ich war nicht Verursacher des Missverständnisses. Ich habe sachdienliche Hinweise gegeben. Sehr souverän. Wenn die Fragen immer mit Ja oder Nein so leicht zu beantworten wären. Sie dürfen fest davon ausgehen, dass die Ministerin eine Position dazu hat. Aber in der Sache ist es mir nicht möglich, mich zu äußern. Wenn sich nicht noch kurzfristig Änderungsbedarf ergibt, sind wir fertig. Das ist es mir nicht möglich, wenn ich mich nicht mehr so leicht zu beantworten wäre.